Guten Tag, danke, danke. Ruhe, 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 wir hören zu. Danke, danke. Dieses Jahr liegt ein Schatten auf unseren Feiern der Siegel der Völker, der Manchheit über die Nazi-Faschiffe. Und ein Schatten auf unseren Gedenken an die Opfer, die dafür gebracht wurden. Denn das erste Mal ist nicht nur das Datum und der Anlass unserer Feier in diesem Deutschland infrage gestellt worden. Der Bundesrepublik, die es wirklich nie schaffte, Antifaschisten zu ehren, oder gar die sowjetischen Soldaten, denen wir so viel verdanken. Dieses Jahr ist selbst der Grund und Boden, auf den wir Gedenken bedrohen. Er ist bedroht, weil unsere Regierung, unsere Politik der Meinung ist, dass der Einsatz des russischen Militärs in der Ukraine Grund genug ist, dankbar zu beschmutzen, die wir der Roten Armee dafür schulden, uns von diesem Übel zu befreien, von dem wir uns selbst nie befreien können. Er ist bedroht, weil unsere Regierung, unsere Politik der Meinung ist, stattdessen könne man hier und heute seine Sympathie für die ukrainische Regierung ausdrücken. Eine Regierung, deren Nationalhelden Menschen sind, die an der Seite der Hitler-Wehrmacht gegen die Sowjetunion kämpfen. An der Seite der SS ihrer jüdischen Nachbarn ermordeten, ukrainische Nationalisten, die KZ-Wächter stellten und an der Seite der Brigade Dürrlewanger weißrussische Dörfer auslöschten, die als Niederlage der Nazi-Armee schon absehbar war, noch ihre polnischen Nachbarn massakrierten und verfügten. Wenn hier an diesem Ort über den Gräbern der Soldaten der Roten Armee Menschen mit ukrainischen Fahnen auftauchen und ihr Heil der Ukraine, den Gruß der ukrainischen Faschisten, dann ist das nichts anderes, als würden wir hier Deutsche mit Hakenkreuzfahnen und Heil Hitler aufmarschieren. Es ist eine Schändung. Das Ziel des Nazi-Fanzugs war die Auslöschung der Bevölkerung im Osten, in der gesamten Sowjetunion. Dieses Ziel wurde im Generalplan Osten niedergelegt. Hätte die Rote Armee nicht gesiegt, wäre es auch diesen ukrainischen Hilfstruppen an den Kragen gegangen. Später, nachdem sie ihren Zweck erfüllt hätten. Die ukrainischen Hitlerverehrer haben es bis heute nicht begriffen, dass sie nur die vorübergehend nützliche Variante Untermensch waren, nützliche Idioten, und heute lassen sich ihre Nachfahren Hakenkreuzfahnen SS-Ruin titulieren. Ich war in den letzten acht Jahren im Donbass. Ich habe mit Menschen im Keller gesessen, wenn die ukrainische Armee auf Gorlovka geschossen hat. Ich habe die Häuser an Frontmelde gesehen, die nach acht Jahren Dauerbeschuss noch aus Bewohnheit stehen, unter denen Tag für Tag die Erde vom Einschlag der Granaten zittern. Es war diese Ukraine, die heute hier aufmarschieren soll, dieser Staat der Nazi-Verherrlicher, der geschossen hat. Und das bis heute früh. Ich habe die Kinder gesehen, die in diesem Krieg herangewachsen sind und keinen einzigen Tag des Friedens erlebt haben. Acht Jahre, eine verdammt lange Zeit. Acht Jahre lang hat Europa alles getan, um diesen Krieg nicht sichtbar zu werden. Und die nicht aufhören zu lassen. Die Menschen im Donbass erhoben sich, weil sie die Verherrlichung von Faschisten nicht dulden wollten. Sie wollten weiter den Tag des Friedens ergehen. Der ganze Donbass war zerstört. Als Nazi-Truppen abzogen, jedes einzelne Haus, jedes einzelne Bergwerk musste erst wieder aufgebaut werden. Es gab Bergwerkschäfte, aus denen erst die Toten geborgen werden mussten. Menschen, die die Nazis lehnt, die diese Schächte gebrochen haben. Dort im Donbass wollten sie keine Märsche für die Nazi-Kollaboratoren. Bandera und kein Heil der Ukraine. Aber die Regierung, die sich 2014 an die Macht gebrüchert hat, schickte Panzer und Flugzeuge, um sie zu unterwerfen. So ist das. In der Ukraine wurden und werden Menschen ermordet, wenn sie das Gerksband tragen, das an den Sieg über den Faschismus erinnert. Da geht es nicht um Russland und auch nicht um die Ukraine. Da geht es um Faschismus und Antifaschismus. Ja! Das Weltkrieg, die die Bank des Siegels, auch sie ist heute in der Ukraine verboten. Weil man sich mit den Nazi-Kollaboratoren identifiziert. Als damals der Bürgerkrieg in der Ukraine anfing, als die Nachrichten kamen, was da auf dem Maidan passiert ist, da war es schon ein Gedanke. Das, was da passiert, kann sich auch bis hierher ausbreiten. Das war eine Befürchtung. Auch weil viele Dinge so vertraut waren aus der deutschen Geschichte. Dass Leute auf der Straße angehalten wurden und man sie verprügelt hat. Wenn sie auf der Heil-Ukraine sich mit den Helden heil antworten. Genauso war es im März 1933. Ja, genau. Das war es. Dass jede Feier zum Jahrestag der Befreiung, ein Jahrestag, den dort jeder einzelne Ort unter Überfall gefeiert wurde, jahrzehntelang, dass also jede Feier angegriffen wurde. Und Odessa? Und Odessa? Dieses trauenvolle Massaker. Dieses trauenvolle Massaker. Ja? Und Mariupol am 9. Mai 2015, als die Nationalen jahre. Das haben wir gehört und das haben wir auch gesehen. Und fürchten, dass das auch hier zu uns kommt. Ja, aber wir konnten uns das nicht vorstellen. Das dürfen wir hier zulassen. Amis wollen nur Welt und Macht. Und wenn es nicht auf den Weg steht, dann verbreiten sie dich. So breit es geht nicht weiter. Und Amis, das ist Plan von amerikanischen Regierungen. Jetzt und hier ist alles verboten. Auseinanderlassen. Was die rote Armee... Kämpfen, damit sie kämpfen. Was die rote Armee... Auseinanderlassen, ja genau. ...und ihren Sieg erinnert. Und man merkt den Politikern die Erleichterungen an. Es war all die Jahrzehnte so unangenehm, seine Freiheit der roten Armee zu verdanken. Dass man sie weggezogen hat. Und lieber so tat, als wären die Amerikaner es gewesen. Aber da gab es all die Denkmäler. Genau. Die Friedhöfe im Osten ganz verschwinden lassen konnte man sie nicht. Und die Erinnerung auch. Das ist das, was in diesem Jahr, was heute und hier versucht wird. Genau. Die Erinnerung an den Sieg über den Faschismus auszulöschen. Ja. Und Geschichte und Leben. Geschichte und Leben. Hier in Deutschland, wo wir es vor acht Jahren in der Ukraine begannen. Und das Ergebnis wird dasselbe sein. Genau. Aber das wird dasselbe Ergebnis sein. Wer den Sieg über den Faschismus leugnet, wer ihn kleinredet und verzehrt, der den Platz frei macht. Nicht nur Syndonisch, sondern ganz konkret. Wenn ich höre, wie heute in der Presse und im Fernsehen über Russen geredet wird, dann kommt es mir vor, als würde Ihnen Jürgen Strecher die Worte ins Ohr flüstern. Und Alfred Rosenberg die Frieder. Und wenn ich von Übergriffen höre, gestern erst gab es einen Anschlag auf die Wohnung russischer Journalisten. In Berlin. Dann weiß ich, Wort und Tat gehen im Gleichschritt. Wirklich, wir leben in dunklen Zeiten. Die Lüge der Besiegten verdankt die Wahrheit der Siege. Aber wir kennen sie dennoch. Und wir werden sie auch nicht preisgeben. Gleich mit wie viel Blau-Gelben fahren sie dieses Land und unsere Orte pflastert werden. Und eins ist sicher. Die Wahrheit wird siegen am Ende. Ja. Immer. 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 Vielen Dank.